Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borscht für Anfänger mit Jaroslav, einem Ukrainer mit deutschen Wurzeln und Isa, einem Deutschen mit ukrainischen Wurzeln. Und heute zu Gast Vassili und Vassili. Vielleicht sollen wir doch die Nachnamen auch nehmen. Ja doch, mach mal. Vassili Oniani, richtig ausgesprochen, und Vassili Popa. Okay. Möchtet ihr euch vielleicht noch kurz unseren Zuhörerinnen einmal selber vorstellen? Ja, hallo. Ich bin schon seit acht Jahren hier in Berlin. Und ich kann mich vorstellen, vielleicht als der Co-Founder von Osten für Ukraine. Das ist eine Organisation, quasi eine Community, jetzt eine Stiftung in den Niederlanden. Und wir haben auch, also was machen wir? Wir recherchieren und zeigen eigentlich, was passiert ist in Ukraine, was passiert ist in diesem Krieg, Russlandskrieg gegen die Ukraine. Und besonders wir recherchieren über die Kriegsverbrechen, die insgesamt, was Russland macht in diesem Krieg und wie Russland versucht, auch die Demokratien in Europa und besonders in die ehemaligen russischen Kolonien, wie Moldawien und andere Länder, die Demokratie zu zerstören und demokratische Institutionen zu korrumpieren. Das machen wir. Und ja, danke. Nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mein zweiter Besuch hier. Ich freue mich. Wir uns auch. Ja, ich bin Vassili von GCTA, Georgisches Zentrum im Ausland. Und wir sind ein Verein, die sich für die europäische Werte und Ernährung Georgiens in der EU bestrebt. Und ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Und ich würde schon damit anfangen, dass ich ein bisschen über meine Erinnerungen rede. Ich erinnere mich daran, dass ich mich noch lange vor 2014, vor dem Anfang des Krieges gegen die Ukraine, als ich noch in der Ukraine lebte und mich kaum für politische Situationen in anderen Ländern interessierte. Und ich war 14. Tatsächlich war ich noch ein Teenager, als Russland im Sommer 2008 Georgien angegriffen hat. Und den Tag habe ich noch deutlich vor Augen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mit meinem Schulfreund am Strand des Dnipro-Flusses in Kiew war. Und wir haben damals über die Nachrichten geredet. Und es hieß, dass die Ukraine das nächste Ziel Russlands sein könnte. Darüber wurde in Nachrichten in Zeitungen geschrieben. Und damals war es mir noch unklar, was die Ereignisse in Sakratvelo mit unserem Tag, mit unserem Alltag in Kiew zu tun haben konnten. Aber ich kann mich daran erinnern, wie groß diese Spannung schon damals war. Ich war ja Teenager, aber Erwachsene, unsere Eltern, ja, ich und mein Kumpel, wir haben solche Scherze, ja, solche traurige Scherze gemacht, so wie, ach, jetzt kommen Bombenflieger auch zu uns. Und irgendwie war es so wie klar, wir sind die nächsten. Und angesichts dieser Erinnerungen im 2008 und dann 2014, als Russland tatsächlich Krim annektierte und den Krieg gegen die Ukraine begann, stellt sich die Frage, welche Parallelen seht ihr jetzt, heute, zwischen den Ereignissen in Sakratvelo und Moldau und der aktuellen Lage in der Ukraine? Und vielleicht, was können Moldau und Sakratvelo aus der ukrainischen Erfahrung klären? Also, ich kann über Moldawien ein bisschen erzählen. Wir hatten auch einen Krieg in Transnistrien. Es dauerte ein bisschen mehr als drei Monate und es dauerte ganz am Anfang unseres Unabhängigkeit. Zum Beispiel, ja, mein Vater auch war ein Arzt und er hat mit unseren Moldauischen Soldaten, dann Freiwilligen meistens, Polizisten gearbeitet. Und ja, es ist immer dasselbe das Playbook, würde ich sagen, ja, du hast ein bestimmtes Teil von Bevölkerung, die fühlen sich pro-russisch oder fühlen sich quasi noch verbunden mit Russland. Dann, du hast, das ist das Wichtigste, nicht die Bevölkerung, sondern die, die, zum Beispiel die Menschen, die hatten militärische, ja, militärische Erfahrungen, also die, die waren in der sowjetischen Armee oder russischen Armee, ja, die waren in der sowjetischen Armee meistens, die wussten, wie kann man das organisieren, quasi eine Militia, ja, ein Gruppchen von diesen Freiwilligen sozusagen, und wie kann man diese separatistischen Entitäten erstellen, sehr schnell, weil das, was passiert ist in Transnistrien in 1992, wir hatten diese sowjetische Armee, die war noch in Moldawien, die 14. Armee, und sie haben diese Separatisten unterstützt mit Waffen, mit Munition, mit eigentlich Soldaten und so weiter, und sie haben dieses Krieg geändert, weil nach drei Monaten, sie haben gesagt, dass, okay, es ist uns egal, was Moskau sagt, es ist uns egal, dass wir müssen neutral stehen und so weiter, wir unterstützen den Separatisten, Punkt, und wenn wir wollen, das waren die Wörter von General General Lebedev, der war da in Transnistrien, er sagte, wenn wir das wollen, nehmen wir das Frühstück in Tiraspol und abends essen in Bukarest. Und natürlich ist es dasselbe, diese imperialistische Ideologie und Waffen, einfach Waffen und Ressourcen, die sie haben, und diese Leute, die haben danach diese sogenannte Transnistische Republik gegründet, sie waren vor diesem Krieg meistens nichts, also einmalige Soldaten, Mafia-Mitglieder und so weiter, der Typ, der war der sogenannte Präsident von Transnistrien für 20 Jahre, ist in Kamtschatka geboren, ja, er wohnte da für vier Jahre vor dem Krieg, ja, er war nicht aus Moldawien und danach, er war gewählt als der Präsident von Transnistrien. Also dasselbe passiert jetzt in Ukraine, seit 2014, der sogenannte Präsident von Donetsk Republik, sogenannte Donetsk Republik, Puschelin war der Mitglied von einem Unternehmen, der heißt MMM, ja, das war ein Ponzi-System, der war super. Spannend, darüber habe ich eigentlich auch nur kürzlich erfahren, dass er daran teilgenommen hat. Ich würde kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was MMM ist. Weißt du eigentlich, was das ist? Nein. MMM ist eine finanzielle Pyramide, also war sehr populär im post-sowjetischen Raum in den 90er Jahren und damit haben ganz viele Leute viel Geld verloren. Genau. Und Puschelin, der sogenannte Donetsk Republik, hat auch daran gearbeitet oder hat auch irgendeine Rolle in dieser Pyramide gespielt, wie ich das verstanden habe. Ja, 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 genau. Und ich würde auch sagen, dass es also in Transnistien zum Beispiel und auch in Donbass, vielleicht auch in Abkhazien und Südassetien war diese Propaganda über böse Nationalisten, natürlich entweder ukrainische Nationalisten, rumänische Nationalisten, georgische Nationalisten, dass, oh mein Gott, nach der Unabhängigkeit oder nach zum Beispiel in Ukraine, nach Maidan, nach dieser Revolution, die Nationalisten werden zu Donetsk, zu Transnistien und zu Makhazien kommen, ja, und sie werden zum Beispiel den Kleinsing machen, also einfach zerstören diese lokalen Identitäten quasi, ja, sie werden zum Beispiel alle russischsprachige Schulen schließen und so weiter und so fort. Dasselbe überall, obwohl das entspricht nicht der Realität, weil zum Beispiel in Kirchner und Moldau bis heute, wir haben russischsprachige Schulen, wir haben russischsprachige Universitäten, du kannst auf Russisch studieren eigentlich in Moldau und naja, dasselbe Playbook. Wir werden natürlich noch später reden über die Wahlen und wie Russland korrumpiert diese Wahlen, aber wenn wir sagen, wenn wir sprechen über Separatisten, das ist, was passiert ist überall, ich denke. Also tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was wir im 2014 erlebten, diese Schüren von Angst vor sogenannten ukrainischen Nationalisten, die russischsprachige Bevölkerung unterdrücken und jetzt kommt Russland als ein Beschütze. Nix Neues tatsächlich, ja. Ja. Ich werde sagen, die Parallelen, was man sehen kann, ist unglaublich viel. Du sagtest im 2008, hat die ja auch so einen Eindruck bekommen, dass wahrscheinlich die Ukraine ist als nächstes. Ja, im 2008, wenn Putin Georgien angegriffen hat, damals hat Westen Georgien, sag mal 90 Prozent im Stich gelassen, weil darüber wurde nicht viel geredet und das war schon ein grünes Licht für Putin, dass er die souveränen und unabhängigen Staaten so einfach ohne irgendwelche Konsequenzen angreifen kann, was natürlich auch jetzt dazu beigetragen hat, was wir in Ukraine gesehen haben, das habe ich auch mehrmals gesagt, aber die Parallelen jetzt zur Republik Moldau ist auch relativ ähnlich. Einzige Sache, heute haben wir die düsteren Tage in der Geschichte Georgiens und zum Glück hat Moldau geschafft, einen europäischen Weg einzuschlagen. Da gratuliere ich nochmal, das war sehr knapp, aber trotzdem ein progressiver Schritt für die Moldau. Und leider sind wir in dieser Spirale wieder, wo wir noch, es redet jetzt über Georgien, wo wir keine legitimen Wahlen hatten und momentan die Frage ist, was machen wir jetzt, was können wir machen, weil man kann nicht vier Jahre lang noch erdulden, dass die Regierung nochmal die russische Politik treibt Und statt europäische Weg einzuschlagen, wir gehen wieder ruckwärts. Und dafür hat die Zivilgesellschaft alles getan und uns bleibt nichts Übriges als internationale Hilfe oder müssen die Sachen noch eskalieren. Die Proteste in Georgien ist schon angefangen, im Parlament, jetzt die Opposition möchte aus Protest keine Abgeordneten ins Parlament schicken und die Lage ist jetzt sehr schwierig. Also ich sag mal, jetzt Georgien muss alle die Herausforderungen überwinden, was zum Glück in Moldau jetzt schon vorbei sind. Das ist, also nicht vielleicht vorbei, aber wie soll ich das sagen, also es besteht immer noch Gefahr, aber auf jeden Fall einen deutlichen und hellen Schritt für Demokratie in Moldau. Leider in Georgien ist nicht der Fall. Würdest du das denn bewerten oder was kannst du da für ein Bild zeichnen in Bezug auf Manipulationen der Wahl, das hast du jetzt schon mal ein bisschen angesprochen, du hast gesagt, die Zivilbevölkerung, auch die Opposition geht da stark dagegen, sagt, wir können das nicht akzeptieren, wir müssen boykottieren. Aber kannst du vielleicht noch mal einen Einblick geben, wie stark haben diese Wahlmanipulationen das Vertrauen auch der Bevölkerung erschüttert? Und wie groß sind diese Teile vielleicht? Kann man das sagen? Kann man sagen, es ist 50-50 oder es ist weniger? Gibt es da was oder ist das gar nicht so, dass man das so sagen kann? Weil diese Zahlen können natürlich auch verfälscht werden oder so, ich weiß es nicht. Wir reden jetzt von Wahlbetrug. Wir haben die Indizien dafür, dass die Wahlwahlen stark manipuliert wurden und ein breites Spektrum der Methodik wurde eingeführt. Wir reden jetzt angefangen, im Eingangsbereich der Lokale stehen die Kriminelle, aber man muss auch beachten, dass an der Spitze vom Schatten regiert ein Oligarch, der ein Drittel der GDP des Landes zur Verfügung hat. Und natürlich die Manipulation ist vor der Wahlen angefangen, wo man einfach die Stimmen gekauft hat oder die Macht ausgeübt hat auf die Zivilisten, die jetzt im Governmental-Bereich arbeiten zum Beispiel. Das ist schon damit angefangen. Aber wir reden jetzt an dem Tag der Wahlen. Auch bei den Wahlhochalen, wie gesagt, standen die Kriminelle, die staatliche Propaganda getrieben haben. Und selber, also bei dem Prozess, wurde auch ein Bündel von Stimmzetteln in Wahlboxen reingesteckt. Da ging auch ein richtiges Video durch die Medien. Da haben wir sämtliche Beweise. Und es geht auch darum, dass das Wahlgeheimnis wurde verletzt. Teilweise die Beobachter standen so nah zu Wahlurnen, dass es gab kein Wahlgeheimnis mehr. Und dadurch wurden die Rechte der Wähler verletzt. Aber dazu kommt auch noch, dass die Stadt alle möglichen Mittel dafür ausgenutzt hat. Ich erinnere mich, das war so ungefähr wie Wahlen im DDR, wo man auch die Wahlurnen nicht benutzen durfte. Also die Stadt möchte jetzt so stark einmischen, dass ich habe den Eindruck, dass wir sind im dystopischen Roman 1984, wo auch der Staat weiß, wer wählt. Und also wie gesagt, Jero, du hast erwähnt, dass in der Ukraine hat diese Autokratie nicht sofort funktioniert. Deswegen war die Antwort darauf so radikal. Aber in Georgien, die kamen zur Macht durch demokratische Mittel. Aber langsam, die haben alle Institutionen abgebaut. Und jetzt, wir sind da, wo wir sind. Jetzt mit befälschten Wahlen, die manipuliert worden sind. Und ich möchte auch zum Thema Moldau sagen, dass der Unterschied hat 15.000 Stimmen gemacht für dieses Referendum. Und wie ich erfahren habe, 100.000 der Migranten haben an Wahlen teilgenommen. Und die haben das sehr positiv beeinflusst. Also die Resultaten, was wir bekommen haben, ist auch dank der Moldauer, die in europäischen Ländern wohnen. Aber nicht alle Georgier hatten die Möglichkeit, an den Wallen teilzunehmen, die im Ausland sind. Das wurde auch von dem Staat absichtlich gemacht, dass die Leute, die meistens in der EU wohnen, stimmen nicht für den Georgischen Traum. Und nicht alle hatten Zugang, dass die wählen dürften eigentlich. Also bei Wahllokalen, die Anmeldung war nicht elfvorgreich. Und das wurde schon absichtlich gemacht, dass die Georgier und Georgierinnen, die außerhalb Georgiens wollen, werden natürlich gegen den Georgischen Traum wählen. Und daher, wie gesagt, wir haben ganz viele Aspekte der Wahlverfälschung. Und das dauert auch natürlich noch die Wochen, als alles systematisiert, systematisiert, ja, dass man alles mit Beweisen einlegt. Aber wie gesagt, wir haben alle die Beweise schon mal gesehen, aber die haufen sich. Also es kommt auch noch, welche Beweise. Ja, ich würde auch hier ein bisschen noch in diesem Parallel ein bisschen diskutieren, weil wir hatten diese Chance, eine pro-europäische Regierung jetzt zu haben, ja, wenn dieses Krieg und so weiter, wenn diese Zeit, wenn Russland ist so konzentriert, ja, unsere Demokratie zu zerstören. Das ist super wichtig, weil im Vergleich mit Georgien, wir hatten genau dasselbe Situation mit unserer Regierung. Wir hatten einen Ivanishvili, ja, auch einen Oligarch. Er heißt Wladimir Plachetnyuk. Er hat in 2010, 2009 Politik beigetreten, nach unserer anderen Revolution. Wir hatten eine Revolution auch gegen damals sehr korrumpierte Regierung. Das war die Regierung von Wladimir Voronin. Das war quasi, sie nennen sich das Partei der Kommunisten. Aber es war nicht eine Diktatur, sondern einfach eine sehr korrumpierte Regierung. Und danach, also sie versuchten immer, diese oligarchischen Regierungen vorzugeben, ja, dass sie sind pro-europäisch. Immer, dass sie versuchten immer zu zeigen, dass, hey, wir sind pro-europäisch, wir wollen europäische Integration und so weiter. Und diese Regierung von Wladimir Plachetnyuk, sie haben das getan, genau so das. Er hatte eine Partei, das heißt Demokratische Partei von Republik Moldau. Die Farben von dieser Partei waren, genauso die Farben, die Symbole und so weiter, sind so ähnlich zum georgischen Traum. Diese Partei, die hat jetzt die Wellen in Georgien klassifiziert. Und das Unterschied ist, dass diese Regierung, ja, sie konnten nicht mehr in, also sie haben nicht gewählt, quasi eine Seite gewählt. Sie versuchten, pro-europäisch sich zu zeigen und sie haben nicht mit Russland direkt mitgearbeitet. Bis zum Jahr 2019, sie haben das nicht getan. Sie wollten nicht direkt zu sagen, hey, wir sind pro-russisch, wir unterstützen Russland und so weiter. Sie versuchten, Wladimir Plachetnyuk, er versuchte quasi zwischen beiden Seiten. Auch bei den Stühlen zu setzen. Genau, genau, genau. Wie Janukowitsch zum Beispiel in seiner Zeit versuchte ein bisschen, ja. Und ich denke, in Georgien und in Schwede und seiner Regierung, sie haben das auch analysiert und haben gesagt, okay, wir müssen wählen. Und natürlich, wir können nicht mit Europa weiterarbeiten, weil Europa erlaubt uns nicht zu klauen. Ja, sie erlauben uns nicht, so korrupt und so undemokratisch zu sein, zu bleiben. Ja, deswegen, wir haben nur eine Wahl, Russland. Es gibt keine Wahl. Und dasselbe passiert jetzt auch in Moldauien. Alle diese Politiker, die waren quasi, also viele, nicht alle, die sagten in der Vergangenheit, dass, hey, wir wollen europäische Integration, wir wollen, dass Moldau ein Mitglied der Europäischen Union zu sein. Jetzt, nein, wir wollen das nicht, wir sind unabhängig und so weiter und so fort. Obwohl, der Kandidat, der war in diesem, dieses war Alexander Sternogl, er sagt das, er sagt, dass wir sind ein europäisches Land und so weiter, aber er ist unterstützt von Geld und von den Parteien, die sind absolut prorussisch, die sind kontrolliert aus Moskau. Und deswegen können wir auch sagen, dass es gibt diese Parallele, dass wir hatten Glück einfach, dass jetzt wir haben eine europäische, eine nicht korrupte Regierung und in Georgien, es ist, ja, anders. Also man kann sagen, Moldau hatte Glück, dass diese Oligarchen nicht so entschlossen waren und nicht so entscheidungsfähig, wie man das ins Kart für Euro gemacht hat. Und es war auch interessant, weil es gibt verschiedene Oligarchen. Und es gibt diesen Oligarch, der ist für uns das größte Gefahr jetzt, Ilan Schor. Er hat zusammen mit Wladimir Pachatnuk in, also sie haben einfach geklaut, 1,3 Milliarden Euro aus unserer Nationalreserve in 2015, nein, in 2014. Das ist verrückt und das ist sehr wichtig für unsere Geschichte, was passiert jetzt weiter, ja. Das war ein Klan von Oligarchen, verschiedene Oligarchen mit ihren Interessen. Wladimir Pachatnuk hat alles gelöst, alles. Und Ilan Schor nicht, er hat noch viel Geld. Er war nach 2019 in Israel und jetzt ist er in Moskau, wo er eine neue Partei gegründet hat und wo er arbeitet einfach für Russland. Er ist quasi eine Opposition im Ausland, sagt er. Wir sind eine Opposition in Russland. Gegen Moral. Ich kenne Vasilis schon lange und wir haben auch über dieses Thema schon mehrmals gesprochen. Ich hätte jetzt mit ihm eine Frage, weil du beschreibst, wie schlimm und wie schwierig die Zeit für Moldau war. Jetzt möchte ich dich fragen, wie fühlt es sich an, wenn jetzt die proeuropäische Regierung an der Macht ist und die Oligarchen jetzt, sage ich, sind immer noch Gefahr, aber nicht so eine große Gefahr, wie die davor waren. Wie fühlt es sich an? Wie geht es dir nach den Ergebnissen? Ich muss sagen, dass wir sind sehr erschrocken und engstisch sozusagen, weil ich muss auch erzählen, was passiert ist in dieser Wahl. Unser Innenministerium sagt, dass mindestens 40 Millionen Euro hat Russland investiert, in Wellen zu bezahlen und Wellen zu verkaufen. Einfach direkt zu verkaufen in dieser Wahl. Deswegen zum Beispiel unser Referendum, dass die Polen, die Befragungen, sie haben gezeigt, einen Unterschied von ungefähr 65 oder 60 Prozent pro EU und 40 Prozent gegen die Integration. Und danach, wir haben dieses Referendum, wo es meistens fast 50-50 ist. Das ist völlig, das macht keinen Sinn statistisch. Und es gibt zahlreiche Beweise, dass Russland hat dieses Geld investiert. Wir hatten viele Journalisten, die haben das auch recherchiert und gezeigt. Zum Beispiel, es gibt diese sehr berühmte Zeitung in Moldawien, Zero the Guardian. Und sie haben gezeigt, Undercover, ja, sie war, sie, also eine Journalistin, sie war quasi eine Freiwilligerin in dieser Partei. Und sie hat Geld aus Russland bekommen, sie hat das alles gefilmt, ja, mit Audio, mit Dokumenten und so weiter und gezeigt, wie funktionierte diese Schema. Genau, es war eigentlich sehr einfach, die Aktivisten, sogenannte Aktivisten oder die Leute, die müssten den prorussischen Kandidaten wählen oder nein zum Referendum zu wählen. Und sie würden ein Konto in einer russischen Bank kriegen mit 100 Dollar oder so, also ungefähr 15.000 Rubels und sie könnten danach, ja, dieses Geld zum Beispiel irgendwo überweisen und so weiter. Und das funktionierte, unsere Innenministerien, sie sagten, dass, ja, 130.000 Wellen waren bezahlt, verkauft oder, ja, beeinflusst insgesamt waren ungefähr 300.000 Menschen. Und wir sprechen nur über Geld, einfach Geld und Ressourcen, nicht prorussische, weiß ich, Ideen und so weiter. Nein, diese Leute, sie waren beeinflusst direkt von diesen größeren Ressourcen und wenn wir sagen über das ganze Propaganda, das ganze, die ganzen Ressourcen, die Russland hat investiert in Moldawien, wir sprechen über ungefähr 100 Millionen Euro für eine Bevölkerung von 3 Millionen Menschen. Eine gewaltige Summe. Also da wird, da wird viel, da wird viel in die Hand genommen, um da... Das ist 10% unserer GDP. Ja, Wahnsinn. Du hast die Frage, die ich beide auch stellen wollte, schon so ein bisschen vorweggenommen und ihr habt auch beide schon ein bisschen Beispiele dafür gebracht, du ganz am Anfang und jetzt auch nochmal, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln Russland ganz aktiv die Wahlen sowohl in Georgien als auch in Moldau beeinflusst hat, versucht hat zu beeinflussen und beeinflusst hat und mal mehr, mal weniger erfolgreich dabei war. Könnt ihr nochmal genauer beschreiben, mit welcher Art, also mit welcher Methodik von Desinformation, vielleicht auch in den Medien, da hantiert worden ist? Also klar, du hast schon ein bisschen was beschrieben, also ganz klarer Einfluss, ihr kriegt Geld dafür, wenn ihr so abstimmt, also jetzt für das Beispiel für Moldau. Genau, würde mich einfach interessieren, ob ihr da noch mehr Methoden, du hattest, du hast auch aus Georgien berichtet, dass man wirklich irgendwie da sich in die Wahllokale oder vor die Wahllokale stellt, dass man nicht geheim wählen kann. Was für Methoden wurden noch benutzt und eben auch, was mich besonders interessiert ist im Medienraum, was ist da passiert? Also man muss das trennen, was die Regierung macht für Manipulieren der Wahlen und was Russland auch vor den Wahlen als Propaganda treibt. Ich sage, erste Sache ist, dass also AfD, andere rechtsextremische Parteien, auch Georgischen Traum, haben die gleichen Narrative, die verbreichern die Perspektive, dass die EU möchte in Wahlen Georgiens einmischen. Wir stellen jetzt alles dar, als ob die wollen in unsere Souveränität einmischen und das wird von Russland sehr stark propagandiert. Das ist die erste Sache, was Russland macht, nicht nur in Georgien, sondern auch hier im Bundestag gab es eine, die Abgeordneten haben über das Georgien gesprochen, wo auch AfD-Sprecher ganz klar und deutlich die russische Propaganda und die Meinungen verbreitet hat. Ich sage, das ist nicht nur in Georgien, sondern gegen Georgien wird überall in Europa gearbeitet, wo Russland die Hände hat. Das ist die erste Sache, was die machen. Auf einer Seite, die Regierung versucht so viel wie möglich, den Druck auf die einfache Welle auszuüben. An der ersten Stelle, wie gesagt, die erste Stelle, also der Oligar hat viel Geld und als erstes, was er macht, versucht die Stimmen zu kaufen. Ja, hat schon Vasily erwähnt, das ist 50 Dollar, 100 Dollar, das weiß ich nicht so genau, was die Summe ist. Aber es wird versucht, die Stimmen zu kaufen, Bestechung und aber auch, sagen wir mal, Druck auf die anderen Arbeiter, die im Zivilbereich arbeiten. Weil die können die Arbeit nicht behalten, wenn die auch die Stimme für den Georgischen Traum nicht beschaffen. Und dazu kommt noch diese Repressalien, was der Staat besitzt. Und die haben die Info angeblich über alle Personen, also die Daten. Und in dem Fall, wenn jemand pro-oppositionell eingestellt ist, dann bekommt man die vielen Probleme von der Staat. Und das haben wir schon. Also, wie gesagt, das ist ein ganzes Spektrum der Methoden, ist Propaganda als erstes. Aber danach kommt diese Mittel, wie gesagt, Kaufen, Bestechung, Einschüchterung, dass die Kriminale vor der Wahllokale stehen. Und da, die kontrollieren angeblich, wer wen gewählt hat und so weiter und so fort. Und das sind die Indizien, die wir in Georgien haben. Jetzt über Moldau wäre es sinnvoll, was du redest. Also, über die Methoden, wie gesagt, was hat genutzt? Erstens, ja, die Wellen zu verkaufen, zu kaufen und natürlich diese neuen Organisationen zu gründen. Weil, naja, in Moldawien, wir hatten diese Partei von Ilan Schor, der war gegründet, einfach von einem Mann. Ja, diese Partei hat keine Ideologie, kein Nichts. Es war einfach gegründet von Geld. Also Scheinorganisation sozusagen. Ja, ja, ja. Und sie haben auch Proteste organisiert und so weiter. Niemand wird verhaftet, außer, also eine Politikerin, die war direkt in einem, dieses Scam mit unserem Milliard, ja, oder die war, das Geld, das war geklaut aus unserer Reserve. Sie war, ja, sie, sie muss jetzt in Gerichtssicht beschützen. Aber, dass, außerdem, niemand war, weiß ich nicht, repressiert oder so etwas. Aber, was hat unsere Regierung gemacht? Und eigentlich nicht die Regierung, sondern das Gericht. Sie haben entschieden, dass, hey, wir können nicht erlauben, dass wir eine Partei haben, der ist finanziert direkt aus Russland. Ja, mit, und wir sprechen, eine Methode zum Beispiel war, direkt Bargeld zu bringen in Moldawien. Ich meine, Zehntausende Euro direkt aus Moskau nach Kisinau, in einem Flug. Um Wähler und Wählerinnen zu bestimmen? Nicht nur, Aktivisten zu bezahlen, die Offices und so weiter. Aha, die prorussische Generationen verbleiben. Genau, 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 die ganze Infrastruktur. Und wir sprechen über viel Geld. Ja, also, diese Leute, sie würden zum Beispiel, ähm, große Offices haben auch. Zum Beispiel, ähm, Sommer, äh, Summer Camps und so weiter. Sie würden zum Beispiel viele Menschen aus Moldawien nach Russland bringen, zum Beispiel ein Training sozusagen und so weiter. Und zu zeigen, hey, guck mal, das ist Moskau und so weiter. Das war auch wichtig, ein bisschen, ähm, ähm, wie gesagt, das Soft Power, ja. Du musst nicht einfach bezahlen, du willst auch Menschen, die... So unlocken sozusagen. Genau, genau, die glauben eigentlich in deine Ideen, ja, von diesem russischen Imperialismus, von dieser Sowjetunion. Das war, es war besser damals, dass, äh, die Europäische Union ist böse und so weiter. Aber was ist wichtig in dieser Geschichte, sind die Ressourcen. Wie viele Ressourcen waren investiert, im Vergleich zum Beispiel mit proeuropäischen Parteien. Naja, sie organisieren manchmal das auch. Sie haben auch eine, äh, also bestimmte Medien und so weiter. Sie haben auch freiwillige und ein Netzwerk. Aber, äh, zum Beispiel, was hat, ähm, Maya Sandos Parteipass, äh, bezahlt oder, ähm, genutzt in diesem Wahl, ist vielleicht zwei oder drei Prozent, von was die russischen Parteien haben bezahlt. Einfach offiziell. Ich meine, ich meine offiziell. Sie haben gesagt, hey, wir haben gespendet ungefähr 100 Millionen, äh, das ist Millionen von Euro, ja, für, nur für diese Kampagne, offiziell. Nicht unoffiziell, noch, noch viel, äh, mehr. Das zweite, ähm, zum Beispiel, was macht auch noch Russland? Sie nutzen, äh, russische Trudnitsche. Oh ja, das kennen wir ganz gut sogar hier in Berlin bis jetzt. Genau, überall, ja. Und besonders... Friedrichstraße. Ja, 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 russisches Haus. Und wir haben auch ein russisches Zentrum, auch in Kirchenau, die organisieren diese russische, äh, diese Kursen von russischer Sprache und so weiter. Die vorbereiten, äh, zum Beispiel, äh, junge Leute, um in einer russischen Universität zu studieren. Und das ist wichtig. Sie investieren eigentlich in diese Organisation. Sie versuchen so viel wie möglich, äh, diese... Nein, diese... Einflusszentren sozusagen. Genau. Also, positiv und bewusst provozierend gesagt, könnte man sagen, die Russen fördern kulturellen Austausch. Ja, aber nicht nur kulturellen. Das ist... Ich sag das bewusst so provokant, weil, aber, weil von außen, wenn man ja nicht weiß, was dahinter steckt, wirkt es ja erstmal so, was ist denn daran so schlimm, ne? Also, das ist ja nur, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein Austausch und man... Ja, so wird es ziemlich oft in Deutschland auch, äh, vorgestellt. Naja, das ist, man soll ja Politik und Kultur trainen und so weiter. Und das ist genau dieser, äh, blind spot, wo Russen eigentlich ganz gut agieren können, diese Kulturinstitutionen zu errichten und die zu treiben. Das kennen wir auch. Ja. Ja, wie du das sagst, wir kennen das sehr gut. Wir haben mehrmals gegen das russische Haus protestiert. Natürlich, wir sagen, ähm, ja, Bildung, äh, und die neue Sprache zu lernen ist sehr gut. Aber wofür benutzt man das? Und, äh, was für eine Propaganda das ist, das alles zu instrumentalisieren und, äh, gegen europäische Werte, gegen, äh, die Freiheit der Völker zu benutzen, das finde ich schon problematisch. Das, äh, es ist nicht nur, äh, Bildung und, sondern, es ist ja sehr, sehr viel Politik drin. Und, äh, wir kennen das Thema auch in Berlin sehr gut und wir, äh, immer noch versuchen, das russische Haus ist, äh, wir sagen, es ist ein Haus der russischen Propaganda und das ist nicht nur kulturell, sondern auch sehr viel instrumentalisiert. Und, äh, äh, die offene Gesellschaft zur Freiheit, Freiheit, Demokratie hat, äh, die Feinde und diese Feinde sind diktatorische und autokratische Regime und durch diese Zentren werden eigentlich diese autoritischen Regime unterstützt und, äh, ja, eine Stütze für die gemacht. Ja, daher, das ist ja problematisch. Das haben wir auch in Georgien und wir wissen, natürlich, da sitzen, äh, nicht, äh, die Menschen, die Kulturen verbreiten wollen, sondern da sitzen die Agenten, die russischen Einfluss, äh, austeilen wollen. Das ist das Ding. Ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht noch ein Hinweis. Äh, Ostend for Ukraine zusammen mit, äh, Vici haben eine wunderbare Studie darüber, äh, gemacht. Und, Vassily kann uns darüber vielleicht ein bisschen erzählen, äh, oder sagen. Äh, ein Artikel, äh, also, äh, über russisches Haus und unsere Investigation, äh, das, was, äh, haben wir, äh, herausgefunden, ist, dass, äh, ähm, Pavel Iswolski, der Direktor von russisches Haus, er hatte dasselbe Adresse in Moskau. Wo ist die Schule von GRU? Ich meine, der Typ wohnte da. Ja, und er ist jetzt... Für unsere Zuhörerinnen, was ist der GRU, ja? GRU ist, äh, geheimdienst, russisches Geheimdienst. Also, es gibt verschiedene... GRU oder GRU? GRU. Ah, GRU. Generalen Resultativen управление. Äh, das ist quasi der Außen, ähm, Nachrichtendienst, ja, Russlands. Und, äh, also, es gibt so zahlreiche Beweisen, dass diese Entitäten, diese russischen Häuser, in Europa, auch in Moldawien, sie sind mit, äh, diesem Dienst, Nachrichtendienst, äh, verbunden. Und, äh, das Problem mit diesen russischen Häusern ist nicht, dass sie zeigen, ist nicht nur, und, na, das größte Problem ist nicht, dass sie zeigen, zum Beispiel Filme über, äh, zweite Weltkrieg, oder, dass sie unterrichten, dass Holodomor war eine Lüge, Butcher war eine Lüge, und so weiter, und so fort. Das ist schon ein Problem, aber nicht das größte. Das Problem ist, dass die Menschen, die da arbeiten, sie sind einfach Agenten. Sie haben für russische Staat sehr lange gearbeitet, auch Pawele Zwolski, er hat in Rosatom gearbeitet, sehr viele Jahre, meistens in Ägypten. Und, äh, Menschen wie diese, sie sind nie, äh, unabhängig von, äh, diesen, äh, geheimdiensten, russischen Geheimdiensten. Du kannst nicht in Rosatom arbeiten, besonders im Ausland, und, äh, nicht Teil von diesem Netzwerk sein. Das ist unmöglich, das, so funktioniert Russland. Und in Kirchner passiert dasselbe, äh, zum Beispiel russische Botschaft, und diese, dieses russische Haus, sie haben sehr viele Mitarbeitern, die wahrscheinlich machen nichts. Eigentlich, oder sie, sie, sie arbeiten quasi ein paar Stunden pro Woche, und so weiter. Was machen sie aus der Arbeit? Das ist sehr, äh, einfach interessant. Natürlich, sie koordinieren, sie koordinieren diese prorussischen Organisationen, sie koordinieren das ganze Netzwerk. Und ich verstehe, dass für manche, äh, für, es kann ein bisschen, äh, quasi konspirationistisch, äh, klingen. Verschwörungstheoretisch. Ja, 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 ja. Verschwörungstheorie und so weiter, aber ihr müsst einfach, äh, gucken, wie funktionierte es früher in anderen Ländern. Ja, 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 es war immer so, ähm, und, äh, das ist quasi das Playbook, und die russischen Propagandisten, sie sagen das. Eigentlich, ja, das ist das Problem, das ich fühle, zum Beispiel manchmal hier in Deutschland, dass, äh, die Deutschen hören nicht russische Propaganda auf Russisch. Sie hören russische Propaganda auf Deutsch, die ist besonders für Deutschland vorbereitet oder für Europa insgesamt, aber wenn ihr hört, was sie sagen, Russen zu Russen, das ist komplett unterschiedlich. Sie sagen genau das, wir müssen Geld investieren, wir müssen Wahlen, äh, kaufen einfach, wir müssen, äh, Propaganda machen, wir müssen unser Netzwerk von Agenten entwickeln und so weiter und so fort. Und tatsächlich, was, was ich da so spannend finde, weil genau das, äh, gucke ich mir auch an, das kann übrigens auch jeder machen, also man, diese Videos gibt, findet man auf YouTube, man kann Untertiteln, man kann Übersetzung machen, also, man muss kein Russisch dafür können, um sich diese, diese Informationen anzugucken. Und es ist wirklich, also, was du gerade gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass die sagen, durch die Blume irgendwie in einer Metapher, sondern das wird glasklar genau so formuliert, so müssen wir es machen, so können wir, also wir als Russland Einfluss nehmen, so können wir die anderen klein machen, schwächen, zerstreuen, zerstören und nachher eben auch sozusagen heim ins Reich holen. So, ja. Was du jetzt gesagt hast, das erinnert mich auch sehr an das Gespräch mit unserem letzten Gast, mit Herrn Michael Roth, dem SPD-Politiker, der auch im Gespräch mit uns gesagt hat, wir wären viel schlauer, wenn wir zuhören würden, ähm, was die Diktatoren tatsächlich sagen, wenn wir daran glauben, äh, würden. Und das, was du jetzt sagst, ja, äh, Propaganda für Deutschland ist für Deutsche, ähm, für deutsche Bevölkerung, für deutsche Nutzergruppen, äh, sozusagen, eingerichtet. Aber das, was Putin sagt, was auch russische Propagandisten sagen, da gibt es nicht zu, äh, ja, nicht zu, ähm, da gibt es keine Metapher. Ja, da gibt es einen Klartext und die erklären ganz genau, welche, ähm, Werkzeuge die nutzen, um, äh, Einfluss auf andere Länder, äh, zu machen. Und sie glauben, äh, daran, äh, also, die sehen darin nichts Schlechtes sozusagen, die sehen das als, äh, natürliche Art und Weise, äh, des Gesprächs mit dieser Welt. Ja. Als ein Teil, ähm, ja, wer, sozusagen, wer stärker, der hat Recht. Ja, ja, ich will darüber auch ein bisschen noch reden, weil, äh, das ist sehr wichtig eigentlich zu verstehen über diese Ideologie. Sie, die, die, die wichtigste Idee insgesamt im, äh, russischen Faschismus, und ich nenne es so, ich denke, es ist sehr vergleichbar mit was wir hatten in Rumänien, mit Antoninsko, mit Franko und so weiter. Äh, und, ja, natürlich, es ist jetzt im, äh, 21. Jahrhundert, aber, äh, ich denke, dass, äh, Timothy Snyder hat es sehr gut, äh, beschrieben. Also, die Natur von dieses, dieses Regimes, ja, diese Ideologie, das ist einfach russisches Faschismus, und sie sagen, dass, hey, die ganze Idee über Liberalismus, Demokratie, äh, Menschenrecht und so weiter, das ist Quatsch. Ja, das, äh, das, äh, ist, äh, einfach eine Lüge, sie wollen uns kontrollieren, und der, äh, der Macht hat, der, der hat Ressourcen und Waffen, der, der ist, äh, richtig, ja, der hat das Recht. Und es ist uns egal, es gibt keine Regeln, es gibt keine, äh, es gibt keine Wahrheit, es gibt mehrere Wahrheiten. Genau, ja, wir müssen einfach überleben als ein Reich, und ein Reich ist gut. Das ist auch sehr wichtig eigentlich zu verstehen, dass die Russen, die unterstützen dieses Regime, sie denken über uns, über Moldau, über Sakratwell und so weiter, als, als, als undankbare Kolonien. Und, hey, wir sind die guten Kolonisten, wir sind nicht wie die bösen Briten oder Spanien und so weiter. Wie du vorhin gesagt hast, es ist das gleiche Playbook, äh, sozusagen, sie bringen die Zivilisation zu diesen undankbaren Kolonien, und sie müssen dankbar dafür sein, dass sie, weiß ich nicht, Teil der Erleuchtung werden oder sowas, ja. Genau, und, äh, das, das ist sehr wichtig zu verstehen, auch in, ähm, äh, wenn, wir denken auch über Sowjetunion, weil, zum Beispiel in Sowjetunion, warum viele Menschen in 90er Jahren und 2000er, zum Beispiel, waren sehr nostalgisch über, äh, dieses Regime, weil sie fühlten, dass, okay, jetzt ist Chaos, es ist Mafia, es ist Korruption überall und so weiter. Früher, früher, mindestens, wir hatten ein bisschen Stabilität und wir hatten einen Sozialstaat, ja. Russland, jetzt ist kein Sozialstaat absolut, ja, es ist ein, es gibt riesiges Armut und natürlich, ich sage nicht, dass Sowjetunion war besser, nein, auf keinen Fall. Was ich meine, ist, dass sie haben diese, äh, sie versuchen, diese Idee zu, äh, zu zeigen, zu sagen, dass, ähm, zu verbreiten. Ja, zu verbreiten, genau, dass, äh, Russland ist, äh, das letzte Staat oder Macht einfach, der versucht, diese neoliberale Systeme zu stoppen, obwohl sie sind, so neoliberal und so kapitalistisch wie möglich, ja. Ja, wir sprechen über absolut keine Regeln, wir sprechen über, äh, Kapitalismus in diesen absolut verrückten Formen, wo die Oligarchen kontrollieren alles einfach, sie kontrollieren den Staat, sie kontrollieren die Demokratie, alles, ähm, aber sie versuchten weiter, dieses Narrativ, der ist ein bisschen mit dieser linken, äh, Ideologie, ja, zu verbreiten, obwohl, wie gesagt, mit, äh, linksorientiert, ähm, Politik, ähm, es hat, es hat absolut nichts zu tun. Ja, klar, sie kapern, sie kapern sozusagen diese Ideologie, benutzen die, ja, und verbreiten sie, um dann in ihrem kleinen, elitären Kreis die Macht und die, die Ressourcen, die sie haben, zu verteilen. Ja, und das, das ist auch, äh, sehr ähnlich, äh, zu dieser volkischen Ideen, sie haben das sehr viel, ja, sie, äh, sprechen sehr viel über, äh, Gegenheit, sie sprechen sehr viel über, äh, alle Kriege, nicht nur zweites Weltkrieg, das ist, zum Beispiel, seit 2020, ich denke, 2021, sie, äh, sagen offiziell, jetzt, das erste Weltkrieg war auch ein patriotischer Krieg, das war ein, äh, gutes Krieg, also Russland hat alles richtig getan, dass sie haben da auch gekämpft, und, äh, außerdem, also, äh, die wunderbaren Kolonisten, was, äh, 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 die, die, ah, vergleichen mit anderen faschistischen Regimen, das wollte ich sagen, äh, eigentlich Mussolini zum Beispiel, seinen Ministerpräsident, äh, äh, vor seinem Tod, er hat gesagt, äh, quasi, heil Mussolini, heil Sozialismus, sie, 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 sie haben über sich gedacht, als quasi linke, linksorientierte Menschen, die, die sind quasi, wir sind für den Volk, wir sind quasi für diese Arbeiter, aber nur unsere Arbeiter, und Putin versucht, das selber zu machen, obwohl nichts entspricht, darüber, er ist nicht linksorientiert, er ist, er ist, er hat absolut nichts zu tun mit, äh, linke Politik, und das ist sehr, so, traurig zu sehen, dass in Deutschland, in Frankreich, in, besonders in Italien, es gibt diese Organisationen, die sind Tankies, ja, die sind quasi linksorientiert, aber unterstützen Russland, weil sie denken, echt, dass Russland ist noch, weiß ich nicht, Sowjetunion, oder, ist irgendwie, äh, ein Teil von dieser linken, äh, Politik. Ja, danke für die Ausführung, ähm, wir kommen so langsam in Richtung des, äh, des Endes, und, ähm, eine Frage, die ich, äh, gerne, ähm, Vasili, an dich stellen würde, in Bezug auf, ähm, Georgien und seine, äh, proeuropäischen Ambitionen, ähm, das war ja nun jetzt, ähm, wie du es auch selber schon, äh, gesagt hast, ähm, Moldau hat sich aus dem, Moldau hat sich auf den Weg gemacht, ähm, Georgien ist noch auf dem Weg dorthin, ähm, es rumort, ähm, die Opposition ist im großen Protest, ähm, also im Land gibt es große, äh, inner, innerpolitische Spannungen, welche Schritte sind deiner Meinung nach noch notwendig, um diese europäische Integration von Europa, äh, von Georgien nach Europa in die Europäische Union, ähm, also Europa ist es ja schon, aber in die Europäische Union voranzutreiben? Ähm, also erst mal, die Lage ist sehr kritisch, die Opposition möchte nicht ins Parlament gehen, ähm, und wir fordern die Untersuchung und Transparenz, das ist, was wir wollen. Also die, ähm, die Forderungen der Georgischen Opposition ist die Wiederholung der Wahlen und das muss stattfinden. Das ist, äh, nächster Schritt, also die, ähm, Menschen demonstrieren sich in Tiflis, weil die fordern die Wiederholung der Wahlen. Ohne das, äh, wir legitimieren diese Wahlen nicht, wir möchten nicht die Mehrheit für Georgischen Traum beschaffen und, äh, die Menschen sind jetzt, äh, in der Straße aufgerufen, weil, äh, das ist der einzige Mittel, was wir in Georgien machen können, äh, so viel Druck wie möglich, solange, äh, also, äh, innerhalb des Landes, als auch, äh, auf die internationale Ebene, wir wollen den Druck aufbauen und wir wollen diese Wahlen delegitimieren. Das war keine richtige, äh, demokratische Sinne, also wir wissen, äh, keine demokratische Wahlen. Und, äh, Demokratie ist Donnerwahlen nicht denkbar, äh, und, äh, was wir machen müssen, ist, jeden Tag für unsere Freiheit kämpfen. Ich bin sehr, äh, stark überzeugt, dass wir unsere, mit unseren Taten was ändern können, sonst wäre ich kein Aktivist gewesen. Und, äh, es ist, äh, ein Zitat von Goethe, dass, äh, nur der verdient die Freiheit, der täglich dafür, äh, erobern, also der täglich dafür kämpft. Äh, äh, und, äh, ja, wir sind, äh, sowas von, wir werden nicht, also, nicht nur ein Tifli, sondern wir machen hier auch schon am Samstag eine Demo. Ja, ist, äh, kalt, die Zeiten sind hart und was jetzt kommt, wird auch hart sein, aber wir sind dafür vorbereitet und wir wissen, der Freiheit, äh, der Preis, äh, für Freiheit muss man zahlen. Und, äh, wie gesagt, wir sind nicht demotiviert. Wir, äh, äh, immer noch denken sehr positiv, dass alles in unseren Händen sind. Das ist soweit zum Thema, was wir in Zukunft machen wollen. Äh, ich würde auch noch ein bisschen, äh, erstens, ich will sagen, dass ich wünsche, äh, georgischem Volk, äh, Siegen, diesen Kampf, ja, für die Demokratie und einfach für, ja, für eine Zukunft, eine europäische Union zusammen. Ich will sehr gerne nach Tiflis, äh, vielleicht in einen Schengen, äh, kommen ohne Pass, ohne das Pass oder ohne Visas und so weiter. Äh, und vielleicht, ich will nur sehr kurz erzählen, äh, etwas über Rumänien und vielleicht, das wird ein bisschen Hoffnung geben zu Georgien. Äh, äh, wir hat, in Rumänien, äh, hattet ein Regime, es heißt, kommunistisches Regime, Ceausescu, das war ein der stärkste, ein der verrückteste kommunistisches Regime in Osteuropa. Eigentlich einfach Stalinismus in, am Ende des 20. Jahrhunderts. Und, äh, ich hab Menschen getroffen, die waren, äh, Teil von dieser Revolution, die waren die ersten Menschen zu protestieren in Timisoara gegen, äh, Ceausescus Regime. Äh, und, äh, leider, diese Revolution war ein bisschen, äh, es war ziemlich blütig, aber, äh, es dauerte für eine Woche. Eine Woche, sieben Tage. Am 17. Dezember 89 hat die Revolution angefangen und am 25. Äh, äh, Elena und Nikolaj Ceausescu, sie waren schon, äh, zum Tod verurteilt von das Gericht. Das ist verrückt. Eine Woche, um ein Regime, der hat, hatte 30 Jahre, ja, einfach alles kontrolliert in dieser Gesellschaft. Es dauert nur ein bisschen, deswegen, es ist immer, äh, möglich, ihr müsst alle Möglichkeiten nützen, ihr müsst, äh, jede, ja, jede Ressourcen, die ihr habt, nützen, aber natürlich, wie, wie, äh, wir das machen, nie wie Russen. Und, äh, ich meine, niemals zum, äh, niemals zum, äh, also, ja, die, die Methoden, die Russen nutzen. Also, wie gesagt, ja, die Geschichte ist unvorhersehbar und alles kann in einem Handumdrehen sich ändern. Äh, Jungs, äh, vielen Dank euch für dieses Gespräch. Das war für mich persönlich eine große Freude und, ähm, wie kann ich das beschreiben? Es war für mich auch eine große Bereicherung, mit euch jetzt zu reden, weil, wie ich am Anfang dieses Gesprächs erwähnt habe, ähm, ich war irgendwann einfach ein Junge, der sich nur für eigenes Häuschen interessiert hat und überhaupt keine Ahnung hat, äh, ähm, was halt in Sakaatweiler passiert, warum Moldawien so ist, wie es ist und wie das Ganze eigentlich verbunden sein konnte. Und jetzt sehen wir diese Parallelen, jetzt sehen wir auch, was wir voneinander lernen können. Äh, ich bin sehr dankbar euch, dass ich jetzt von, äh, von Ärzte Hand, kann man so sagen, die Informationen, äh, bekommen, in so einem, äh, auf so eine lebendige Art und Weise. Ich schließe mich da im Wesentlichen an, auch vielen Dank, äh, von mir, dass ihr da wart. Was für mich wirklich, wirklich spannend ist, wo, äh, ich mehrmals auch dran denken musste, ist, was, ähm, ja, weder in, äh, Georgien noch in Moldau, äh, noch in Deutschland anders ist, ist, wie arbeiten autokratische, populistische Menschen, ähm, die arbeiten immer mit sehr ähnlichen, wenn nicht gar mit gleichen Methoden. Und was ich noch viel spannender finde, ist, äh, sie sagen das auch ganz offen. Ich erinnere mich, äh, an einer, äh, äh, Veranstaltung, ähm, über die AfD, über den AfD-Komplex unweit von Berlin in Potsdam, haben die ja getagt für diese, äh, Remigrations, äh, Geschichte. Und ich erinnere mich da dran, wie einer der, ähm, Journalisten, der dort recherchiert hat, sagte, Leute, lest die Bücher, die diese Menschen von der AfD in dem Fall schreiben. Und auch, was du, äh, äh, ähm, äh, Vasili, ähm, gesagt hat, äh, äh, schaut euch an, was, was die Russen wirklich erzählen in ihrer Propaganda. Sie sagen uns, was sie machen wollen. Und das finde ich so wichtig, um daraus zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich das, wofür wir da immer so viel, also in Deutschland ist das manchmal so ein Wort, ja, Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, was bedeutet das dann eigentlich? Es bedeutet eben so, so vieles, wirklich frei sein zu können, eigene Meinung haben zu können, äh, eigenen Beruf wählen zu können, reisen zu dürfen, äh, unabhängig vom Pass, äh, in der Europäischen Union reisen zu dürfen. Und das bedeutet so viel. Das bedeutet wahnsinnig viel. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Erladung. Ich hatte viel Spaß gehabt hier. Alles sehr cool und chillig. Und zu guter Letzt für unsere liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, möchte ich, ähm, auch sagen, dass wir jetzt auch TikTok haben. Also für diejenigen, die gerne TikTok nutzen, äh, bitte abonnieren sie uns da. Äh, wir, äh, äh, ich sehe schon Isas Reaktion hier. Genau. Ja klar, wir können ja die AfD da nicht alleine lassen, das wäre da blöd. Genau, ganz genau. Ich meine jetzt, wir posten da auch regelmäßig, ähm, kurze, äh, Videos aus unseren, äh, Gesprächen. Da könnt ihr unsere Gäste nicht nur hören, sondern auch sehen, auch von diesem Gespräch. Und am Ende sage ich Tschüss und, äh, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020